Super Pass! Jetzt vielleicht! Ball kommt rein! So ist es halt manchmal. Da dominierst du das Spiel und dann fängst du dir doch so ein Tor ein. Der Rückstand jetzt. Ja. Richarlison. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hereingabe. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Schuss! Sie geben noch nicht auf. Das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn sie so weitermachen, wer weiß. Stindl. Gute Chance für eine Flanke. Vielleicht der Anschlusstreffer. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Ball läuft da gut jetzt. Da ist der Ausgleich. Ist das spannend hier. Jetzt ist alles möglich. kahneč. Jetzt geht das ein Tor. Schon preference unter powers das einmal falei. Mach bele. Das war sehr示er, was wir 2015 bin. in der Flanke. Euro 206 oder gerade dieelen und straining. Tett. Das war mehr atleす. Alles Lydia ist das Angst nelle alsogesdäbe klorien. Wir crypto aus. Mel Simen. INTERPRAFT. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020